weitere übung für den geraden bauchmuskel für den etwas unteren anteil beim heben so wie es schon ausführt ist es korrekt bis fast runter mit den fersen zum boden dann wieder hoch zehn spitzen schön angezogen genau fast und dann wieder hoch kontraktion genau langsam runter perfekt bei der kontraktion jetzt ausatmen genau also lieben genau das ist das was man vielleicht nicht machen sollte weil das könnte in die hose gehen mit viel zu viel schwung arbeiten und dann natürlich richtig die beine runterfallen lassen und hier natürlich besteht nicht die möglichkeit das ganze richtig abzusichern man kippt mit deckel und hat natürlich extrem stress auf der lendenwärmelsäule die erste version